Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Zerfnis und Die. Wir machen weiter mit der Kiste aufmachen. Wie versprochen, machen wir jetzt den Empfang. Dann machen wir die anderen Kisten auf und schauen wir da aus. Direkt die Emulation. Schauen wir es aus. Mittlerweile am Tag 80. Und noch genug zu tun. Ich bin hier schon mehrfach in der tiefe Kälte drin. Ja, können wir nutzen. Dann brauchen wir die Herstellung. Die können wir auch benutzen. Das können wir entsorgen. Das können wir zerlegen. Baujahr Platz. Kaffee. 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 Ja, haben wir noch da. Wir kochen nächstes Mal. Bisschen Ausdauer. Ich bin dabei schon 167. Geht voran. Aber jetzt haben wir noch mal geklärt. Kaffee. Auch wenn wir stärker Waffen kriegen. Oder finden. Auch teilweise bauen können. Trotzdem. Das gleich sieht aus. Seufel mit der pikke. Mit einer achse bitte nicht. Aber die spannung steigt. Das ist wie weihnachten, gleich. naja gut mit der handschuhe ja schon mal nicht schlecht Rüstungsteile, Redaktive, Ballonwürzenmod, wie kann man verwenden kann, verwenden wir ja nicht, muss man gucken, ob man das verletzt wird, verändern, ja, zeigt er an, tut das gut sein soll, keine Ahnung, Ausdauer Minus Halberkeit von Brunnerd. Cool, sieht so aus wie Ballonwürzen in der Stadt, ja, Bauhäuter Helm, ne, da wer es mag, Schalter, die brauchen wir auf jeden Fall, also brauchen wir die unbedingt, Reifen, ja, passierende, Ein Haufen Munition, naja, gut, Gut, für meinen Maschinengewehr, was ich habe, da ist eine, da, 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 was da, Geht's mir raus, bin noch nicht fertig, hier, war das hier hinter, Oh, da kommen wir eh nicht mehr, so leichter, Oh, Das ist heftig, 7.000 ist heftig, Wo geht's hier hin? Die könnten wir saufen, ne, Das saufen wäre schlecht, Aber hier nichts zu holen, Wahrscheinlich eher dafür gedacht, wenn wir rauskommen könnten, wenn wir hier einbrechen sollten, Eher sowas der Art, Also wer viele Ressourcen braucht, der geht hier rein, Waren auftreten, ja, Beispiel Stahl und so elektronische Teile, garantiert viel zu holen, Ja, Wir haben eine Kaffe gefunden, Das könnte doch Dings sein, ne, aber hier kein Platz, Zerlegen, 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 Die Handschuhe, Wir reparieren nicht, Benutzen, Verändern, Ja gut, das ist, So, Mod haben wir nicht, wenn wir den Größen da, ne, Dann können wir nicht tauschen, Und der hat nur eins, Und der hat fünf, Zerlegen, gewinnen Platz, Steine kann man rausnehmen, Brauchen wir nicht, Achso, Achso, hier, Arbeiten, Vielleicht gibt es hier noch Messing, Leider nicht, Gut, Gut, mehr bauen wir nicht, oder, ne, Schauen wir mal, Schauen wir mal, Ja, das wird wahrscheinlich so sein, So, Ach, hier, die Glocke, Wo ich sagte, Wo ich sagte, Wie gesagt, Als andere, Das ist richtig kalt, Hier, Da, Er kam rein, Von da, nach oben aber einmal hier vorne paar sachen auspacken auspacken die dann losfahren aussehen kann verkaufen Ja, gut. Ist voll. Schau mal, ob oben zu holen ist. Mann Junge, so erschreckend. Wow. Messing? Das ist meistens mein Hauptgrundbesangebau hier. Kein Messing. Gut, wer auch nicht logisch, ne? Hier, Klimaanlage wäre auch klar. Da hat man sich dabei. Oh, wie gefährlich. Maschinengewehr. Warum packen wir hier zum Ende hin? Wird doch eh hart in der Zeit. Das ist ein Wasserturm. Das wäre das perfekte Versteck, ne? Das ist so eine... Ja, Wasserwerk ist logisch. Aber Wasserturm verwenden wir ja nicht. Hier in der Ecke wäre es so ungünstig zum Bauen und zum Leben. Weil dazu ist ja zu kalt. Und... Würde uns keiner... Ja... Es wäre nicht gerade ideal, ne? Anführungszeichen, ne? Anführungszeichen, ne? Mal so gesehen, wird nicht schlecht. Also vom Verteidigen her, ne? Aber... 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 Wie gesagt... Zu kalt. Muss dann nicht Feuer machen, ne? Aber da kommen wir nicht hin. Wie gesagt, so demontieren. Da habe ich jetzt keine Lust. Anführungszeichen. Das dauert so lange. Das wäre ja auch zu langweilig, ne? Deswegen, wenn man Teile braucht, dann kann ich hier mal herfahren. Und dann... Auf-Line-Modus machen. Das ist dann, denke ich mal... Für alle besser. So unten ist sie schlecht. Das Wasser... Das können wir auch noch zerlegen. Das ist gut. So, die Zeit... 14... Ja, das haben wir noch. Das ist kalt hier. Der Räder... Der Zin... Anfangs hat ich den Zin gesucht. Der war auch zerlegt. Der Zin, der Zin, der Zin. Der Zin. Für meinen... Und dann später habe ich jetzt auch... Wüste. Chemie tisch und dann hier das lernen, ne? Da kommt mal noch über... Wow. Na, nicht. Keine. Da habe ich dich zerlegt, du. Pee dabei? Nö. Ach, hier hinter ist das andere Teil. Ja, guck dir mal rüber, ne? Ich habe auch Zeit, ne? Water... Works. Ja, Wasserwerk. Vielleicht doch. Schnee. Aber hier ist Schnee gleich höher Bohnen. Glebe. Nun gehen wir hier mal gucken, ne? Na, mir lassen wir so eine Funktion holen. Ich bin enttäuscht. Nur Federn. Teile, Leder, Federn, Benzin, Federn, Rohr. Ich habe keine Teile, keine Teile, nicht. Ja, kühler ist gut. Ich habe mir kämpft oder sowas. Mach mal Federn. Lappen, Öl, oh... Das ist ja nicht schlecht, ne? So, dann gehen wir rein, ne? Mal nachladen. oder hier ist eine armee camp man könnte seine tür aksel musste zu schlagen schützen grüne kopfschuss 1320 xp hier ist eine bar kasse ausgeräumt bin ausgeräumt kann man zerlegen ja gut ja hier hier ich bin überladen bringt nicht viel aber man kann man ja vielleicht mal bücher oder sowas abgesichert ohne ende verfolgt mal und ein grüner war ich weiß ja nicht 300.000 teile 20 xp hier geht zum dach hinter mir selber richtig mühe gemacht hier dazu hält so schwer ich bin ein alter turm was machst du hier wahnsinn da haben sich die obersteck die brüder oh mann mist anführungszeichen klima nicht verarbeitet mit dem essen guter wird lesen eisenbahn schien das eisen eisenbein schienen die eisenbahn schienen die motion kann bauen ok noch regen hier das schlecht der kann nicht mehr gut sein ohne schon ja voll sagt gas oder kommen wir wohin nicht zu hoch so picke das schießpulver äh schießeisen hier mal rein ich will nicht zurück ganz kurz hier reingucken und dann zum mobil da geht es nach hause das soll es ja gewesen sein ich guck mal rein hier wenn man hört und nicht alleine das machen wir gleich mit so pistole gewehr schießeisen schießeisen doch zu schade doch zu schade schießeisen dann verarbeiten das du sagst bin voll gut lasst gut sein ich kriege ähnliches klar so das ist der alte fahrstuhl und und ich wollte gar nicht schießen ich wollte gar nicht schießen ich suche nur einen weg nach draußen da ist der bücherladen leer leer die ersten kopflos leer leer ja so, Moppe suchen blaue Kästen gesehen naja mal nachkommen Teppichlager da wollen wir hin aber ich will raus da oben geht nicht gut hier raus so!. Moppen suchen da müsste hier sein genau das sollte heute genießen sein schönen Dank für die Rettung man sieht sich leicht zu nichts tschüss